Hey Leute, ich bin's Loco, heute wieder mit Beemo unterwegs Leute, warum hab ich ne Leiter geändert? Ich weiß es nicht, und wir sind heute wieder kriminelle Sniper, nach Ewigkeiten können wir wieder zusammen aufnehmen, wir besorgen uns gleich ne fette Sniper. Vergesst nicht diesen Kanal zu abonnieren Leute und schaut das Video bis zum Ende und viel Spaß beim Video. Jo, Markus, sag ja deine Sniper, ganz schön teuer, ey, warte, du bist ein Wunschiger hier, komm schon, ein bisschen hier, Erfreundschaftspreis hier, verdient schon ganz schön viel viel, alles klar, ciao, ciao. So Leute, wir gehen oben jetzt an den Hafen und positionieren uns da schon mal auf dem Server, sind zwölf Cops unterwegs, also zwölf gegen zwei, mal gucken wie die ablosen werden Leute. Ja, ich komm, ich komm raus. Ich mein' nicht nur, also hier sind zwar auch welche, aber Content, da liegt auch jemand K.O., der wurde mit der Bombe erledigt, Leute, guck mal da hinten. Und da ist auch jemand. Oh, es ist aber immer noch am Leggen. Ey, bei mir ist das so am Leggen, die Figuren, jede Figur hat ein Delay, wirklich. Das ist super nervig. So, da sind wir auch schon jetzt hier bei, boah, hier steht ja auch noch ein Lambo. Ey, hier ist ja voll was los, das geht. Mein' ich ja. Da hinten ist ein Auto, fast im Wasser. Ey, die sind voll. Ich konnte hier auf jeden Fall nicht treffen. Die sind voll im Wasser da unten, siehst du das? Ja, ja, hab ich auch gesehen, ich bin ganz oben drauf geklettert. So, okay, ich nehm einfach mal schon mal einen Automaten hier mit. Die schießen. Egal, ich nehm einen Automaten mit hier, schnell. Oh, ich hab ihn getroffen einmal. Oh, okay, oh, keine Waffe leider. Oh, er ist ins Auto gestiegen. Ich nehm nur die Energies mit. Geld juckt mich heute nicht, Leute. So, alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Oh, Leute, Leute, Leute. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Ja, wobei, komm, wenn du schon dabei bist, kann ich die Geldwurzeln ja auch einsammeln. Ey, da kommt einer. Oh ja, Tatsache. Oh, der hat ne Waffe. Oi, 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 oi. Ich hab' ihnen einen Schuss gegeben. Sehr gut, sehr gut. Polizei kommt auf. Ja. Okay. Oh, ey. Ich hab' ihn ein, zwei Mal hier ab, ja, wir haben ihn, wir haben ihn. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Polizei ist da hinten. Ich geh' direkt zum anderen Automaten hier. Ja, genau, ich halt die Polizei ein bisschen auf. Oh, ich wurde angehittet. Einfach. Da hinten, da hinten. Jetzt haben wir einfach noch andere Crimes als Gegner, ey. Ja, ich hab' ne MP5, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Kekse, und Kekse. Oh, ich muss auch Kekse essen gerade. Kekse. Okay. Ich hör' jemand hat nachgeladen. Ich versuch' gleich aufs andere Dach zu gehen. Guck mal, ob er da noch ist. Ich seh' ihn nicht mehr. Doch, da hinten ist er. Einmal getroffen. Das gehört ist mir egal. Müsst jetzt rumballern hier. So, wo ist denn der? Achter. Da hinten. Ja, ich hab' ihn. Wir haben ihn, wir haben ihn. Sehr gut. Hä, der steht noch. Hä? Bei mir ist er umgefallen. Hä? Nee, dann hast du noch einen. Meiner ist K.O. Oh nein, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Oh. Hier unten bei mir, hier unten bei mir. Oi, 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 oi. Ja, 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 ja. Einer ist K.O. Ja, ich hab' noch einen. Ach, da ist noch ein Polizist. Oh mein Gott, hier sind... Oh, da ist noch einer, da ist noch einer. Da unten, einer kommt hoch, einer kommt hoch. Schnell, schnell, schnell. Schießen, schießen. Ja. Der ist down, der ist down. Wir haben gar keine Chance. Der andere haut ab. Der andere haut ab. Es ist so am Längen bei mir, Leute. Seht ihr das? Und trotzdem machen wir den ganzen Server fertig. Übelst. So, alles klar. Ich geh' mal hier drauf, dann stellst. Da ist doch ein Polizist, der kommt. Naja, ich geh' auf Container, ich geh' auf Container hier hoch. Schnell, high ground. Schnell, 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 schnell. Ups, Alter. Sehr gut, sehr gut, Leute. Okay, wo ist einer, wo ist einer? Ja, ne, er ist grad hochgegangen. Okay, okay. Okay, einer ist abgehauen. Hehehe, ist einfach abgehauen. Oh, neuer kommt, glaub' ich, von hinten. Ich seh'n Crime, der sich auf jeden Fall bewegen. Oder ist das ein Cop? Zivil-Cop, weiß ich nicht. Oh, ich kann mich nie... Oh, keinen Hund genug springen hier. Hey, da hinten ist er! Da oben, da oben, da oben! Ja, 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 ich hab' ihn schon. Okay, sehr gut, da klettert noch jemand. Easy, Leute. Easy. Echt, wo denn? Ach ja, ich seh'n. Ah ja, da. Jetzt wird geklettert, glaub' ich. Ich seh', ich seh', ich seh', ich seh'. Da ist auf jeden Fall irgendwer da hinten noch gespart, gerade. Hm. Na, zeig' dich doch, Kollege. Kollege, schnimm's schon hier. Ist so, ich lauf' mal zurück hier. Bist der Polizeichef hier. Okay. Du bist jetzt ja easy, oder hast du das besucht? Hä? So, ja, aber bis jetzt ja easy, wir haben die ja voll hops genommen, Mann. Aber richtig, bisher auch gar keine Chance. Aus zwölf Polizisten, oh nein, lol! Der Crime hat mich abgewandert. K.O.? Ja, ein Crime hat mich abgewandert, aber ich kann mich reloaden, glaub' ich. Ey, der ist so am Längen bei mir. Ja, der ist so am Längen. Ja, Leute, was ist das, ey, ohne Witz Notruf Hamburg ist so schlecht, gerade. Also, ich, mich, ey. Wir können auch mal ne Fun-Folge machen, wo wir einfach, äh, äh... Oh, das müssen wir auch unbedingt machen, den Bus durch die Gegend jagen. Habe ich auch Bock drauf. Oh, ey, alleine, wie lange der hier zum Kaufen braucht. Das kann nicht normal sein. Ich muss mal irgendwen hier wieder sehen, hier. Kletter auf das andere Dach mal. Ich komm zur Bank. Genau, ich geh auf das Dach gegenüber der Bank. Oh, ich hab die Leiter sehr gut versteckt, glaub' ich. Oh mein Gott, ich hab die Leiter richtig gut versteckt. Hämt nur dein Auto nicht? Ja, scheiß aufs Auto. Das sieht schon keiner. Aber die Leiter ist gut. Okay, Freude, also, Loco ist da oben, wie ihr sehen könnt, auf dem Dach. Renn mal ein bisschen hin und her, lauf mal ganz viel. Warte, warte, ich geh jetzt die Bank einfach aus, schrauben einmal hier. Wenn das überhaupt geht. So. Ich bin neulich, bis du ob's verblickt. Achso, ja, gleich, warte. Vielleicht siehst du, ob's leckt hier. Hier seh ich auch gar keinen anderen Spieler, als hier überhaupt irgendwie drauf. Also, oh mein Gott. Ja, eigentlich ist das aber voll. Also, Handy hat gerade ewig gedauert. Was ist denn? Der ist aber super voll. Da ist einer, Polizei kommt, Polizei kommt. Ja, ja. Ja, Leute, der steht auf der Stelle, aber... Ey, ihr seht es, Leute. Oh, er ist K.O. Ich hab einen erledigt gekriegt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich sammle noch ein paar Goldbarn hier auch. Der andere flüchtet, glaube ich. So, Leute. Sag, wenn du Hilfe brauchst. Nö, bisher ist alles clean, ist nur einer. Okay. Der wird von mir erledigt. Also, es ist immer noch alles ein bisschen zeitverzögert, Leute. Alter, also, wenn ihr Tipps habt, wie ich das beheben kann, Leute, schreibt es bitte in die Kommentare. Oh, ich glaub... Hier ist, glaub ich, noch einer. Ja, ich glaub, einer läuft gerade rein. Okay. Ich bin nicht ganz sicher. Da ist ein dritter, ja. Ich hab hier einen dritten, zweiten Polizei, hab ich. Also, bisher, ich weiß nicht. Ich hab nicht gesehen, ob noch einer reingelaufen ist. Ja, ja, okay, okay. Die trauen sich aber nicht, hier vorzudrängen. Achso, oh. Ich hab einen kriminellen aus Versehen angeschossen. Der kommt jetzt rein zu dir. Sag sorry von mir. Ja, 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 ja. Ich glaub, der wollte mir helfen. Der wollte mir helfen. Kommt noch ein lilaner Bugatti. Hey. Kommt noch einer, glaube ich. Okay. Polizist, oh mein Gott. Jetzt wieder raus, jetzt wieder raus, sehr gut. Ja, anderen Polizisten hab ich. See. So, okay. Oh, ach, der liegt ja K.O., Leute. Easy. So, kann ich hier reinholen. Der Brake, der enzieht. Ich glaub, es sind auch alle erledigt. Echt? Warte mal. Da ist jetzt aber nichts mehr zu holen, oder? Nee, ich hab alles eingesammelt. So, ich kann hier aber ein bisschen Beute abgeben. Stimmt, man kann das jetzt teilen. Hä? Hä? Jetzt bleibt einfach immer einer draußen stehen. Das ist doch viel safer. Eigentlich schon nice, auf jeden Fall. So, guck mal, ich mein, die haben ja nicht mehr die Chance gehabt, reinzukommen. Ja, ja, oder mit Fluchtwagenfahrer, weil dann kann... Oder direkt mit Fluchtwagenfahrer, ja. ...gemacht werden. Genau, ich glaub, Verstärkung. Boah, ja, glaub auch. Oder auch nicht, nee. Nee, Feuerwehr, glaub ich, ne? Ja, genau. Oder wie geht sowas hier? Ja, dann gehen wir zur Flucht, Leute. Ab zum Juwelier. Äh. Genau. Jetzt muss ich doch gucken, wie ich hier sicher runterkomme. Eieieieiei. Ich hol dich. Eieieiei. Ja, mal klar. Ob man wohl so sicher in sein Auto springen kann? Weißt du, was ich meine? Äh. So, ja, Ehre, danke schön, Ehre. Danke dir hier. So, okay. Ab mir die Post. Bei mir stehst du noch hinter dem Zaun. Also sehr gut. Ja, läuft flüssig, der Server. Loco ist auch gleich dran. Äh, bitte, liebe Grüße. Äh, oder? Äh, danke, danke, danke. So, Freude. Alter, Leute, das ist nicht normal mit dem Legs. Das ist wirklich nicht witzig. Vor allem bei, ich laufe komplett flüssig, aber halt die Personen, die hier rumlaufen und so, die haken halt so ein bisschen so. Nee, ja. Die bleiben auf einmal im Standbild und sind auf einmal ganz woanders so und ich bewege mich aber da. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ey, hier ist Polizei voll bei, bei, beim Knast. Im Knast? Ich bin jetzt beim Jubiläer gerade. Ja, ich habe jemanden befreit, Leute. Nice. Hier sind so zwei Sachen. Ich habe jemanden befreit, Leute. Ah, zacke. Ja, ha, ha, ha. Einfach befreit, Leute. Juhu. Lol. He, he, he. Wir nehmen mal hier noch. Wollen wir winken hier. Kein Problem. Das mit hier. He, he, he. Ja, cool, Leute. Einfach. Ein Crime Girl befreit hier. Komm, ich komme. Ich komme. Ich habe jemanden kurz abgesnackt. Ah, da bist du schon. Ist da, ist da noch was? Ja, ja, da ist so voll rein, 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 rein. Da kommt schon Verstärkung, da kommt schon Verstärkung. Oh nein. Die gehen jetzt wieder auf sie los. Oh nein. Ja, sie kommt freudier. Hey. Aber ich habe fast keinen Sprit mehr. Muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich gebe dir gleich den Lohn für die guten Videos. Und noch mal 8.000 hier vor. Geilmeyer. Oh, Erik. Geilmeyer. Bist du denn hier auch da hinten? Das war easy. Ey, der hat mein Gesicht. Der hat einfach mein Face. Wer ist Polizei? Ach da. Ja, lief nicht so gut für dich. Er wartet nur auf den Bus. Und riecht ein bisschen an der Mülltonne. Schnee fehlen. Ey, der stinkt voll. Oh Gott. Notdards kommt. Wir gehen jetzt schnell zum Jubilier. Machen den noch leer. Ja, ja. Und dann ab geht's. Oh nein, Leute. Ich habe keinen Sprit mehr. Oh. Keinen Sprit mehr. So, Leute. GameMai hat irgendwie mitgekommen? Oder mit Auto? Oder musst du dich abholen? Nee, nee, nee. Mich abholen. Mich abholen. Oh, ja, ja. Wobei, ich kann den Bus nehmen, Leute. Oh, Polizei kommt hier. Polizei kommt hier. S.E.K. Ja, ich komme, komme, komme. Bist du auf den Weg. S.E.K. ist hier. Oh, lol. Alter, das ist irgend so ein super Sniper. Möchte gern. Alter. Schäme. Oh, er will mir den Sniper nicht spielen. Ey, bei mir ein Ultraleck gerade. Ich kann nichts tun. Ja, 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 ja. Ich schieße auf die. Ich schieße auf die. Ich renne einfach weg. Ich renne einfach weg. Komm in mein Auto. Du siehst mich da. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich bin nicht gleich. Da. Oh, Alter, ist das... Oh, der kommt, der kommt, der kommt. Schnell weg hier. Oh, vielleicht bin ich jetzt aber für ihn am Lenken. Das war voll gut. Das wäre richtig gut. Sehr gut, Leute. Ein Diamanten, zwei Beute. Ja, ist okay. Das hat ja gut geklappt eigentlich. Oh, Mann, ey. Ich verkaufe vielleicht noch die Dinge. Ich sende dir einfach mal deinen Anteil jetzt schon mal. Oh, nice, nice. Wie viel habe ich denn hier aus? Ah, okay, die sind noch hinter uns, sind noch hinter uns. Junge, der Sound-Effekt kam voll spät bei mir. Mein Auto ist halt auch fast kaputt. Das ist nicht so gut. Da bist du. Einmal 8.000 hier sind. Hier. Boom. Und wir biegen wieder hier ab. Sehr gut. Das ist cool jetzt, Leute, dass man seinen Anteil jetzt so ein bisschen teilen kann. Ja, wirklich. Das ist mega geil. Mega geil. Hör, warte mal. War das nicht? Ja, ja. Okay, warte, ich muss sowieso einmal ins Krankenhaus. Ja, ich auch, aber die Polizei ist noch hinter uns. Oh, oh, oh. Wir können hier aber hier eigentlich wegsneaken gleich. Ja, wollte ich sagen, lass verteidigen. Ich habe nur noch 32 Schuss. Wir können uns verstecken hier so. Oh, ja, das ist gut. Ich glaube, wir folgen uns nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, wir haben die abgehangen, lol. Ja, okay, doch einmal kurz hier Leben auffüllen, oder? Ja, 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 ja. Können wir die nochmal richtig hier hops nehmen? So, Leute. Ja, aber bis jetzt super nice Runde, ey. Bis jetzt läuft der richtig gut. Bis jetzt läuft der richtig gut. Aber es ist ein bisschen nervig bis hier, ey. Aber 10 Polizisten, es gibt wieder, es gibt wieder 10 Polizisten. Ei, ei, ei. Schaffen wir. Nein, Leute, das müssen wir gleich wieder ändern, Leute. Müssen wir gleich wieder ändern. Das ist so super nervig. Leute, ich habe das Spiel schon deinstalliert, also sagt mir in den Kommentaren. Polizei. Ja. Junge, wir brauchen allein 5 Sekunden, um die Waffe rauszuholen. Das ist hier schon allein, ja, ich brauche auch noch ein bisschen, aber ich wollte einmal gucken, nicht, dass wir wieder überrascht werden, wie das eine Mal. Mhm. Aber die verteidigen uns draußen schon, habe ich das Gefühl. Das ist wirklich lächerlich mit diesen neuen Schaden-Dings. Ja, wirklich, das Update ist echt toll. Das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, also wirklich. Leute, Leute, Leute. Kurz die Beine gebrochen hier. Was macht ihr denn die ganze Zeit? Oh, nee, 1, 2, 3, 4, 5 Crimes einfach auf den ADC da. Ja, ich glaube, ich kann ja mich readingsen, ne? Hier ist ja kein Polizist in der Nähe, oder? Eigentlich nicht in der Nähe, glaube ich. Ne, probier mal ruhig. Okay, dann schauen wir mal. Jetzt fällt er weg. Jo, da bin ich auch schon wieder. Oh, jo, er kommt gerade näher, er kommt gerade näher. Hey, hey, wo bist du denn hier? Er ist genau über dich gefahren, oha. Ja, ja. Hey, da hat mich, da hat mich, da hat mich, da hat mich. Ja, ich sehe jetzt, Baby. Ja, es ist... Was sagt er? Oh, nee, ach, Mann, ey. Das ist... 5 Crimes auf dem Dach, ey, um keine Ahnung zu bekommen. Oh, jetzt bin ich auch. Ja, ich wurde zumindest erledigt. Oh, ja, Leute. Ach, Mann. Ja. Ja, Leute. Da bin ich wieder im Gefängnis gelandet, weil manche Zuschauer es nicht begreifen. Schaut doch noch gerne ein Like und ein Abo da. Schaut in die Beschreibung, da findet ihr ein Bibus-Kanal. Und während ich hier ein Tor mache, will ich, dass du unsere beiden Kanäle abonnierst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.